Hallo, hier ist Antje Valentin von der Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen. Heute möchte ich euch ein bisschen von den Highlights dieses Jahres erzählen, zum Beispiel unsere Jazzakademie, die im Mai stattfindet. Unter Federführung des Saxophonisten Peter Weniger sind dann super Dozenten bei uns zu Gast und fünf Tage lang geht es rund mit Workshops und mit Kombospiel, mit tollen Nächten in unserem Burgkeller um den Jazz. Im Sommer dann haben wir die Cajon Akademie zu Gast, vier Tage lang mit drei Meistern des Cajon-Spiels auf diversen unterschiedlichen Instrumenten ausprobieren. Anfänger sind genauso willkommen wie Fortgeschrittene. Geleitet wird dieser Kurs von José Cortijo, Pepe Leyva und José Montaña. Und Nachwuchsmusiker bis 16 Jahre oder auch bis 18 Jahre sind herzlich willkommen bei unserem Junior-Jazz-Camp in den Osterferien oder beim alten Musikcamp in den Herbstferien. Wer will von euch Musik studieren, dann müsst ihr eine Aufnahmeprüfung machen und die ist manchmal ziemlich schwierig, gerade was Musiktheorie anbelangt. Da empfehle ich das dreitägige Intensivtraining Musiktheorie, Gesang, Gehörbildung. Das haben wir Anfang der Osterferien. Und da ist ja noch was in diesem Jahr. Wir haben Beethoven-Jahr. Natürlich machen wir da auch Angebote zu, insbesondere für Klavier. Im März ein Klaviermeisterkurs mit Constanze Eichhorst und im Sommer eine Klavierwohlfühlwoche für Laien, die einfach mal ihr Wissen und ihr Können rund ums Klavier vertiefen wollen. Und was wir noch alles am Angebot haben, auch in anderen Städten in NRW, das findet ihr auf unserer Website.